Die Situation der Schweinehalter ist derzeit katastrophal, sie ist desaströs. Die Betriebe sind von einer Krise konfrontiert, deren Ausmaß nicht vergleichbar ist mit den Krisen vergangener Jahre. Und Baden-Württemberg droht der Verlust der Schweinehaltung und damit der Grundlage einer heimischen Fleischproduktion. Was deutlich schwerer wiegt, ist die soziale Dimension dieser Krise. Hinter jedem einzelnen Betrieb steckt eine Familie und diese Familie bestreitet ihren Lebensunterhalt, hat ihr Einkommen aus der Landwirtschaft, aus der Tierhaltung. Das sind viele Bäuerinnen und Bauern, hochqualifiziert und motiviert, leidenschaftliche Tierhalter, die auch ihre Betriebe in die Zukunft weiterentwickeln wollen. Und die sie jetzt nicht können, weil sie existenziell von der Krise bedroht sind und weil sie auch keine Perspektive mehr sehen in der Schweinehaltung im Land. In einer solchen Situation ist für den Berufsstand natürlich enorm gefordert, jeden Hebel in Bewegung zu setzen und dieser Krise zu begegnen. Und das machen wir. Ob das im Diskurs ist mit der Politik, ob das in den Verhandlungen mit dem Lebensmitteleinzelhandel oder in der Öffentlichkeitsarbeit ist. Und der Berufsstand hat erreicht, dass die Corona-Überbrückungshilfen für die Schweinehalter geöffnet wurden. Ganz konkrete finanzielle Hilfen für die Betriebe. Wir wissen alle, die Marktlage ist extrem schwierig. Die Lager sind voll und der Preisdruck enorm hoch. Und wir appellieren an alle Akteure, wir müssen die Schweinefleischvermarktung ankurbeln. Wir müssen schnellstmöglich den Preis wieder nach oben ziehen. Und wir müssen jetzt die Vermarktungskonditionen, insbesondere die Maskengestaltung, an die Krisensituation anpassen. Und nach überstehender Krise muss die Verehlungsbranche in Baden-Württemberg sich auf einen Weg verständigen, der der Erzeugerseite deutlich mehr Abnahme und Preissicherheit gewährleistet. Und dafür wird der Berufsstand weiter kämpfen. Und dafür wird der Berufsstand-Überbrückungshilfen.